meine sehr geehrten damen und herren herzlich willkommen zu einem weiteren video auf diesem wunderbaren kanal und heute haben wir uns mal wieder versammelt für ein guter alte klassische jindaui bingo teil 26 ich begrüße euch herzlichst der chat zeigt auch schon was sache ist rede genau deshalb sollt ihr auf twitch kommen alle sind aktiv heute haben wir mal wieder ein xxl bingo vorbereitet bam ihr seht das feld heute haben wir wieder sehr 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 wilde struktur hier drin coco comeback iowa bis hin zu nidal mit faust imani singt nader sein tote englisch imani rennt vom mafia weg ein klassisches nether paw patrols aha 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 chat hör zu youtube das nur für euch ich bin aus kolumbien zurück und schille gerade mit sukuklodazan wir gönnen uns deinen live stream nidal ist sukuklodazan aber egal ich wusste tief in deinem herzen du bist ein bisschen türkisch tief in deinem herzen du bist türke so wir haben alles mögliche hier drin ihr kennt mittlerweile das system sonst wäre es nicht die 26 folge der chat wird jetzt die ganzen punkte verwetten wir gehen auch rein in die erste wette sie will ihn überfahren und das habt ihr nicht ins bingo reingeschrieben das habt ihr nicht in das bingo hier reingeschrieben die hat versucht seine eigene fahrzeuge überfahren die starten mittlerweile schon die starten schon projekte gegen nader der tut mir langsam leid da will ich für 700 zuschauer das ist doch nicht meine schuld die pflanze rein fahr da wieder raus das müssen wir noch üben ok luisa ich muss zum training wenn ich zurück vom training habe ich eine überraschung da unternehmen wir was cooles wir gehen dahin wo sie am liebsten hingeht ich weiß ich habe eine kleine überraschung noch für imani wo ist die neilte kamera zu nah das können wir jetzt direkt machen leute ich will euch nicht stören macht weiter wir sehen uns später bis später die sitzen wo aber natürlich scheiße bitte meine sehr geehrten aber vielleicht noch so sitzen haben wir ein problem oder wie sieht sie aus imani wollen wir deinen kuchen essen baba hat die gekauft und aufgepuffet die sind von nidal der hat die gepoppt die ballons also der seitdem er aufgehört hat mit dem harten stoff zu verticken ist er natürlich bei den jugendlichen reingekommen und da exotik mit gerade im hype ist liegen die ballons da ich hoffe das ist lecker imani was denkst du was macht barba später mit uns wir gehen irgendwo hin darf ich nicht sagen das ist eine überraschung eine ewigkeit später ein spongebob sound habe ich nicht erwartet fancy essen ja also darunter verstehe ich was anderes war jetzt nicht schlecht aus das war ein nada kein nedr merkt euch das weiter da wird sogar von der mafia gerade weggerannt sie hat nur den ballon zurück gut junge so ein sprint legst du nur hin wenn die mafia irgendwo ist nidal hier nidal geschicktes style ihr kennt es mittlerweile nidal mit geschicktes nidal mit faust haben wir das hier drin stehen er hat die faust gemacht nidal mit faust da ist die faust nidal mit faust ok jetzt sind wir jetzt sind wir aktiv jetzt sind wir aktiv und packt er seinen fuß zu an warte kannst du jetzt bitte verraten was wir jetzt machen nein kommt einfach mit let's go vorzauern oder was geht ihr habt ihr einfach ganz der rechte spalte gleich warte mal kurz die mani machen nein kommt nidal wurde vom nadel getragen ok 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 the told to own to own to salamalikum alikumsalam wassalam wassalam quail Alhamdulillah, alles gut, wie bist du? Alhamdulillah Was ist das? Du bist auf den Aramisch? Alhamdulillah, ich bin gut. Alhamdulillah, ich bin gut. 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 Wer schummelt ist ein schummler. Das war's. Oh mein Gott. Das Kind wird einfach gebrainwashed. Das gibt's nicht. Waterboarding. Das Kind wird entfügt. Warum? Guck wie das aussieht. Das sieht aus wie diese russischen WikiLeaks Videos. Das sieht aus wie diese weitergeleiteten Whatsapp Videos. Das gibt's doch nicht. Das ist krass. Ich sage es jedes Mal. Seit Monaten sage ich, da ist irgendwas schief. Und ihr wollt mir sagen, ich übertreibe. Meine Fresse. Eigenes Kind wird gejumpt, Alter. Ich mach mir Sorgen. Und ihr sagt immer, Ohnochan, du übertreibst. Kind landet in Telegram Gruppe. Schock, Schock, Schock. Üllü Futbolcu Hakan Ünal. Wenader Jin Daoi. Chocuğun arka arabasında. Gözlerini bağlayıp Amerika'ya. Buraya. Glaubst du denn, wo wir sind? Ich weiß nicht, wo wir sind. Ich weiß nicht, wo wir sind. Guck mal, die wird gejumpt. Ja. Nicht gucken. Guck mal. Das haben sie hier ganz so geopfen. Mit einer Hand. Bist du bereit? Bist du bereit, um loszurennen? Eins. Drei. Drei. Die rennt einfach. So viel Vertrauen. So viel Vertrauen hat sie. Ist ja auch ihr Vater so, natürlich, aber ihr checkt schon. Babytrage, warte. Wir haben Babytrage und Rummel, ne? Warte mal kurz. Wir sind. Ich weiß nicht, wo wir sind. Da sind wir die Babytrage im Schatten. Aber es passt schon. Wer trinkt denn sonst das? So. Wir machen erst mal das. Damit haben wir das erste Bingo tatsächlich. Und Rummel machen wir auch schon mal. Weil man sieht ja, wo die sind. So. Erstes Bingo ist damit ready. Oben nach unten. Innerhalb von 1 Minute 52. Ist richtig. Nicht gucken. Nicht gucken. Bist du bereit? Bist du bereit, um loszurennen? Eins. Nein. Zwei. Drei. Drei. Oder dafür, dass sie drei Jahre alt ist. Ist die maximal schnell als ich. Die ist schneller als ich. Wow. Schon so ein 85-Pace-Fall. Sogar in Zeitlupe ist sie immer noch schneller als ich. Da bin ich mir safe sicher. Sogar jetzt, als sie stehen geblieben ist, ist sie auch immer noch schneller als ich. Sogar wenn sie nach vorne wieder zurück läuft, ist sie schneller als wenn ich in die andere Richtung laufe. Das ist süß. Warum warten wir? Komm! Leute, wir waren hier schonmal und Imani hat hier geliebt. Deswegen sind wir wieder hier. Wir sind aufm Rummel. Erstmal Geld abheben. Heute darf... Oooh! Imani hat hier geliebt. Deswegen sind wir wieder hier. Wir sind aufm Rummel. Erstmal Geld abheben. Heute darf ich mal nie alles fahren, was ich will. Oha, warum ist es so gut? Warum ist es nicht so gut? Ich sage doch Griselda Blanco. Ich sage es jedes Mal. Jetzt geht es los. Hast du keine Angst? Ich habe Angst. Das ist maximal süß. Du bist im Video? Ich schwöre dir, wenn ich im Video bin, ich mache meinen Bart direkt ab. Ich muss kotzen. Du kleiner B***er, du weißt jetzt, dass ich das hier bin. Warte mal ganz kurz. Warte mal kurz. Ist das jetzt hier eine Beleidigung? Werde ich jetzt beleidigt? Bin ich jetzt der hier, ne? Ja, es war doch klar. Irgendein Baby-Elefant wurde in Ecke gesehen. Ja, alles klar. Ich schwöre dir. Ewa Sound, okay. Chat, weiter geht's. Bam. Was haben wir sonst nur gehabt? Luisa lacht vor Kamera. Hat sie nicht gelacht mindestens einmal kurz gerade? Ne, hier war sie sehr sauer. Ich sehe es sogar von ihr. Ich kriege ein bisschen Angst gerade. Mal weiter. Das Geburtstag ist vorbei. Sie hat Geschenke von mir bekommen. Sie hat Geschenke von Luisa bekommen. Aber sie hat keine Geschenke von ihrem Bruder bekommen. Und Leute, wisst ihr wie wir darauf gekommen sind? Wir haben gesagt, dass Nidal bald Geburtstag hat. Und da hat Imani gesagt, ich werde ihm auch ein Auto schenken. Und da hat mein Mama-Herz so weh getan, weil wir einfach nicht daran gedacht haben, dass sie da ja auch etwas schenken muss. Und weil er noch so klein ist. Ey, ist maximal so... Bro, ich mein's ernst. Ich hab mit diesem Kind eine Bruder-Kleine-Kind-Beziehung mittlerweile aufgebaut. Ernst gemeint. Ernst gemeint. Ey, ist wie mein kleiner Bruder. Ey, ist wie mein Neffe. Ich bin Onkel. Ich bin... Ich bin Onkel. Playboy-Blick. Katsching. Er lächelt. Immer... Auf TikTok. Ich werde immer nur bei seinen Videos markiert. Ey, das ist so ein Playboy. Ich schwöre es dir. Ist das unsere Aufgabe. Er ist aber dünner. Ordnung. Wie soll ein Kind 150 Kilo wegen sich verarschen? Warum wollt ihr... Warum ist... Egal was es ist. Immer es ist dünner als Onkelcan. Ich sag letztens, ich werd ein Kind adoptieren. Ja, aber dann muss ein fettes Kind sein. Sonst passt es nicht. Ist das krass? Ich hab letztens auf einem Food-Video reagiert. Ich meinte, die Pizza sieht gut aus. Einer sagt, Pizza hat dünnere Teige als du. Eta, warum hast du deiner Schwester nichts geschenkt? Warte mal kurz. Wie redest du denn? Wie redest du gerade mit ihm? Was schenkt Nidal Imani? Nägel. Glaubst du, sie glaubt uns, dass Nidal dir ausgesucht hat? 100%. iPad und Nägel. Sie wird sich sehr freuen. Nidal, du bist ein korrekter Bruder. Ja, mein Bruder. Emani. Ja? Dein Bruder ist ein Ehrenmann. Nidal, kannst du ihr bitte ihr Geschenk geben, was du für sie ausgesucht hast? Rede. Nur wenn er... Was rede? Er kann nicht. Er kann nicht. Er braucht noch ein bisschen. Nur ein bisschen. Paw Patrol vielleicht. Ah, warte kurz. Wir gehen in VR rein. Mal gucken, ob wir hier irgendwo Paw Patrol sehen. Sonst ist das Nidal, die ausgesucht hat? Okay. 100%. Nee. Das sieht aus wie so ein fancy Dingsladen, ja? So ein Bio-Laden. Aha. Rede mit mir, rede mit meinem Bruder. Mein Bruder hat sich gemeldet. Nidal El Patron drückt den Euro ab. Ich habe Sukukludazan zur Zwangsarbeit geschickt, weil er vor deine und Arthors Haustür kacken wollte. Aber warum? iPad und Nägel. Sie wird sich sehr freuen. Nee, ist hier kein Paw Patrol. Nidal, du bist ein korrekt... Da ist auch kein Paw Patrol. Ja, Bruder. Hey, Manni. Ja, schade. Dein Bruder ist ein Ehrenmann. Nidal, kannst du ihr bitte ihr Geschenk geben, was du für sie ausgesucht hast? Rede. Nur wenn er sagt Ja, dann kann ich es dir geben. Guck, er kann reden, wenn er will. Er kann reden, wenn er will. Sorry. Er kann reden, wenn er will. Er hat Ja gesagt. Er geht Crash Out. Nidal Adlib haben wir damit auch. Nidal Adlib. Bam. Wartet hier, okay? Mach meine Augen zu. Okay. Wie süß. Warte, noch nicht aufmachen. Aufmachen. What's going on here? Ist es schön? Mann, guck mal, guck mal, wie die Kinder verhaschen. Kinder verhaschen einfach. Sag einfach, ist schön. Ganzes Kind Hoffnung verloren. Du hast die eigene Bruder. Du hast die eigene Bruder. So, Luisa lacht vor Kamera. Haben wir damit auch? Einfach Kinder verhaschen gerade. Die sagen, ist schön. Jungen, die hat Hass bekommen auf Kind. Und jetzt kannst du die Augen aufmachen. Und jetzt kannst du die Augen aufmachen. Das spielt doch keine Rolle, ja. Das spielt doch keine Rolle, weil dein Bruder sein Geld hat. Dein Bruder macht Geld. Dein Bruder lässt andere Geld machen. Dein Bruder sorgt dafür, dass es in Kolumbien keine Wirtschaftskrise mehr gibt. Dein Bruder ist derjenige, der den Bruttoinlandsprodukt von Kolumbien zum Steigen gebracht hat. Dein Bruder ist der Grund, warum Peso eine gute Währung mittlerweile ist. Weil er es auch geschafft hat, es weltweit im Aktienindex zu verwirklichen. Dein Bruder ist der Grund, warum der Bitcoin gestiegen ist auf 80.000. Dein Bruder ist der Grund, warum auch die ganzen anderen Coins am Steigen sind. Dein Bruder ist The Wolf of Wolf Street. Alte. Ja, so halt. Die wissen, die wissen selber. Die wissen selber, aber wir wollen es nicht aussprechen. Ist nicht kinderfreundlich. Wie süß. Machst du Mickey Mouse? Warte hier. Bye bye. Ich meine, wohin geht Baba. Ich wohin geht Baba irgendwie. Miska, Muska. Das kann jetzt wohl nicht wahr sein. Mickey Mouse. Bruder hat er Mickey Mouse besorgt lan. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Da hat Mickey Mouse vor irgendeiner Ecke besorgt. Der fehlt zur Hölle. Ich habe Mickey Mouse besorgt. Now just hold on a second. Hooray. Let's go. Yeay. Yuppie. Ich habe doch gesagt, ich kenne Mickey Mouse. Mickey Mouse, wir sehen uns. Ja, alles Gute. Haha. Mickey Mouse. Wir sehen uns. Mach keinen Scheiß, okay? Ja. Here we go. Danke schön alle. Bitte schön, bitte schön Mickey Mouse. Die kennen sich noch von Schule. Bye. Ich habe doch gesagt, ich kenne Mickey Mouse. Er ist extra gekommen für dich. Wie? Warum? Ich habe ihm gesagt, da sitzt Imani. Komm sofort mit. Der hat auch gesagt, Imani, die Prinzessin. Und dann ist er sofort gekommen. Aber wer war die Frau, die er dabei hatte? Kenn ich nicht. Ich glaube, es sei... Ja, sein Acker, Alter. Deine Freundin. Superwoman. Wonder Woman. Wonder Woman. Ewa. Luisa, ich weiß, dass du Erdbeeren magst. Und jetzt? Hafti Lache. Ein Moment. Was zur Hölle ist das? Ich habe mit allem gerechnet, außer damit. Alter Erdbeerkopf. Alter Erdbeschädel. So, warte. Hafti Lache haben wir. Muss ich kurz weg machen. So, was haben wir sonst? Nathan haben wir noch nicht gehabt. Props an Amerika haben wir auch noch nicht gehabt. Der hat Amerika noch nirgendwo gut geredet. Gefällt's dir? Ey, Manni. Nadel Cringe passt eigentlich dazu. Ja. Weil... Johnny, woher? Atto ist Kiwi, Nadel ist Erdbeere. Ich habe mit allem gerechnet. Warum ist sie auch eine Erdbeere? Warte kurz. Noldo oder Erbschleck Eile ist sie einfach. Hallo? Will ich was aufklären? Mutieren wir gerade? Sind wir bei I am Legend? Kommt Will Smith gleich noch? Noldo? Eine ganz familie ist Erdbeere geworden. Was machst du da? Meine Erdbeere. Du? Ich bin auch eine Erdbeere. Oh, Mama. Mutter ist auch Erdbeere, wussten die da? Toll. Erdbe Marmelade. Auch eine Erdbeere. Ich versuche jetzt was für ihr Manny rauszuholen. Schöpfer! Guck mal, er ist einfach automatensüchtig. Er ist automatensüchtig und er sagt, ich hol was raus. Komm, ihr Manny, komm. Hier, nimm es. Aber ey, wir brauchen gute Köpfe, damit wir das schaffen. Was passiert hier? Er zwingt sein Kind einfach zu spielen so? Und dann bin ich der Schlechte? W mate wie ist das? 2. 1- lose. 1- lose. 3- lose. 2- 찾οbe peuter 1- charismatic Citywand in Morse. 2- Echo. geben, dass er mit mir nach Hause kommt. Meine Seele. Ich habe gesagt, meine Seele. Es gibt keine Zufälle im Leben. Es ist 1 zu 1 dasselbe. Wir haben so viel gemeinsam. Ich brauche die Verbindung gerade zu nahe darauf. Bitte nicht unterbrechen. Du warst da 15 Kilo leichter. Und ich war auf Kirmes. Und ich zeige ein Kirmes-Video. Sogar da geht es um mein Gewicht. Wir müssen es schaffen. Es gibt kein Zurück mehr. Wir gehen erst nach Hause, bis ich das habe. Siebte Runde. Jetzt, jetzt, jetzt. Wie, warum trainiert es? Das ist eine Verarsche. Spielt das nicht, Leute, weil man kann nicht gewinnen. Doch, man muss spielen, wenn man gewinnt. Jetzt, jetzt. Boah, das war so knapp. Scheiße war drauf. Nein, du musst weiterspielen. Du musst weiterspielen, hör nicht. Jetzt, jetzt musst du, genau jetzt musst du reinstecken. So den, den lockeren. Genau. Gelass es einfach. Hohe Geld. Super. Verzock alles. Verzock alles. Das ist keine gute Idee. Sie. Saat der Runde. Wie ist die? Nein! Weiter! Er ist ein... Er ist Einer von uns und einen von uns behandelt keiner wie einen Hund. Ich sage dir drück, okay? Noch ein bisschen zu uns Glaub ich nicht Nein, ein bisschen nach vorne Entweder so lassen oder nach vorne, nicht zu uns Es ist, ich sehe das Ich sehe das an der Greiftechnik des Automatens Das ist das Ja Es ist die Spielsucht Glückshormone werden im Körper losgelassen Haben wir einen Nädel gehabt? Ups, sorry Wir haben einen Nädel gehabt, habe ich nicht gehört Ich war doch selber gerade in der Spielsucht gefangen, sorry Passt, okay, aber wir haben immer noch kein Bingo, Junge Wir haben 8 Millionen Oh mein Gott, wenn Mila jetzt auch so nichts kommt, ist einfach unentschieden Props an Amerika haben wir noch nicht gehabt Paw Patrol Ja, hier fehlt nicht mehr viel Es ist normal, sich so zu freuen Merkt euch das Nädel, es ist normal, dass sich das so glücklich macht Du bist mein Bruder Tick a tree Tick a tree Das heißt hier, süßes oder sauer Ja, aber das ist für mich ein maximal todsenglisch gewesen Tick a tree Hört sich an, als ob du ein Trikot von mir willst So, todsenglisch Ich höre euch mal vor, nächste Vlog Gnade, der filmt einfach, wie er in so einem Casino sitzt Luisa passt gerade auf die Kinder auf Ich sitze gerade vor Ayo Forrest Ayo Forrest Turbo drücken möglich Das war es, ich habe nicht verloren Das war es im Auto gerade Leute, normalerweise feiern wir kein Halloween Heute in der Ballettstunde Haben die Mädchen erzählt, wie sie heute Süßigkeiten sammeln Und Imani wollte auch gehen Ja Ihr wisst mir sein Warte mal, sind das Paupetroos Süßes oder saures Tick a tree Tick a tree Das heißt hier, süßes oder saures Leute, normalerweise feiern wir kein Halloween Heute in der Ballettstunde Haben die Mädchen erzählt, wie sie heute Süßigkeiten sammeln Und Imani wollte auch gehen Naja, es hat nichts mit Props an Amerika zu tun Props an Amerika ist zum Beispiel dieses Boah, hier schmeckt alles so, so Oh ja, oh ja, Amerika, wir wissen nicht, ob wir hierbleiben wollen Das Nadel ist dünner als du Ne, stimmt nicht Ja Ihr wisst Bescheid Was? Ihr wisst Bescheid? Wir haben uns auch vorbereitet Wir haben hier Süßigkeiten Wow Diese Tüte ist für Imani Das Problem ist, Halloween geht schon sehr lange und bis jetzt hat keiner bei uns geklingelt Aha Uncool Wir sagen draußen Hey, bleib stehen Okay Du willst zu Kindern sagen, bleib stehen Dann geben wir die Süßigkeiten, was wir gekauft haben Aber so funktioniert Halloween nicht Die müssen schon an unsere Tür klingeln Und wenn die nicht zu uns kommen, müssen wir zu denen Also Leute, jetzt gehen wir Süßigkeiten sammeln Imani hat sich heute gruselig als Prinzessin verkleidet Welche Prinzessin bist du? Bella Die gruselige Bella Ja, ich habe doch ein gruseliges von Kostümen Weil heute ist doch Warum habt ihr Platz von, was ist dir passiert? Oh, Halloween Bist du gruselig? Ja, weil heute ist doch Halloween Mach mal was gruseliges Nochmal Das war sehr gruselig Ne, da, mach mal was gruseliges Okay Leute Mal sehen, ob es draußen was Süßes zu holen gibt für uns Ja Süßigkeiten ohne Schwein Süßigkeiten ohne Schwein? Oha, wie cool das aussieht Imani, Trick or Trick oder wie das auch heißt Trick or Trick Trick or Trick Trick or Trick Geh mir, du f***ing Süßes Imani, beim nächsten Mal musst du erstmal sagen Trick or Trick und dann geben sie dir die Sache Trick or Trick Jetzt müssen wir nochmal heil lassen Oha, Bruder Bruder, er ist einfach auf die Welt gekommen um Halloween Schmuck zu machen Nur dafür, sein ganzes Geld ist dafür Hätt ich das von meiner Haustür gemacht und irgendwelche Klimaklebe hätt sich auf den Boden geklebt Weil ich hätt wieder Kacke gemacht Krasse Krasse, ich wusste gar nicht, dass Ato in Amerika war Ato, warum hast du in Amerika, Aani, sag doch wenigstens Ich dachte, du hast keinen Urlaub bekommen Schau, ihr t***, p*** So Wir sind an einem Punkt angekommen, wo ich mich selber nicht kontrollieren kann Für alles, was ich hier gerade sage Habe ich nichts mit zu tun Ding Dong, Trick or Treat You are not the children Give me the sweets That's only for the children Schau, ihr t***, b*** So Halloween in Amerika ist cool In Deutschland eher nicht Wie ihr wisst, macht Coco die Coco-Wolt Oh, ne, Bruder, dann schau, einfach PDF-Datei Bin ich hier in der Schule? Bin ich hier, d***, gerade PowerPoint-Präsentation? Aber damit haben wir Coco-Comeback Bam, bam und Bam Damit haben wir tatsächlich ein Links nach rechts So aus dem Nichts, aus dem Nichts So, was haben wir hier denn? Das ist ein Bingo gerade Ja, das ist ein Bingo Ja, 66% war ja gar nicht klar irgendwie Es gibt keine Coco-Wolt mehr in Deutschland Weil Coco auch nicht mehr da ist Die Frage, die sich jetzt viele stellen ist Wo ist Coco? Imani hat Coco angerufen Coco vermisst er den Kommen nach Amerika Hier gibt's keine Coco-Wolt Coco ist direkt zum Flughafen gegangen Aber es gab leider keine Flugtickets Hat der nicht ein Reiseverbot? Ich weiß nur die ganze Story Ich weiß nur die ganze Story Wollt ihr die Leute für dumm erklären? Er hat ein Reiseverbot Mehr nach Amerika Aber er hatte eine Idee Er hat sich verpacken lassen als Päckchen Und hat sich ans Flugzeug kleben lassen Ist das krass Ist das krass Ja, ne, er macht den? Der Kleber war aber nicht so gut Und Coco ist vom Flugzeug gefallen Wo ist er hingefallen? Direkt in den Dschungel Der ist ein bisschen rassistisch gerade Direkt in den Dschungel, ja? Ups, okay Coco meinte dort zu den Löwen Ich muss nach Amerika Also haben sie ihn durch den Dschungel getragen Bis ans Meer Und dort haben sie ihn den Delfin gegeben Die Delfine sind dann mit Coco Übers Meer gesprungen Bis an die Grenze von Amerika Dort wurde er eingesammelt Junge, was haben die für Fetanil in Amerika? Auf was für den ist er gekommen? Er saß einfach irgendwann aufs Schreibtisch Er sagt, ja, so und so ist passiert Weil, ey, ich will auch was davon haben, Alter Ich glaube, er fühlt sich lebendig seitdem Von einem LKW Und wurde dann direkt an das Haus von Imani gebracht Ey, wow Ein neuer Tag beginnt Was ist denn da für ein Geräusch? Ich kenn das Oh, du nütze In der Kiste Was glaubst du, was da drin ist? Das war's Tot Ach, Nidal macht Guck mal, Nidal macht natürlich immer direkt die Transportkisten auf Der denkt sich erst die Arbeit, dann das Vergnügen Es gibt keine Zufälle im Leben, Chat Oh, wow Kugel 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 Das ist passiv-aggressives Falten Also das sieht man direkt Das ist ein passiv-aggressives Falten Danke, dass du gekommen bist, Kugel Ist der Kugel dabei? Ich komme hier in der Box Komm, wir nehmen die Box mit ins Haus Ey, wow Ja, okay Wenn's so sein soll, dann ist halt nicht Mila kam, bekam, wenn nicht Mario Sound Zwei von fünf Zwei von fünf Ich glaube, das Kapitel Mario Sounds hört langsam auf Damit war's das mit der heutigen Folge Kugel Meine sehr geehrten Damen und Herren Wenn's euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da Schreibt in die Kommentare, was wir als nächstes reinschreiben sollen Kommt auf Twitch Also warum sag ich es denn jedes Mal Kommt auf Twitch Spielt mit den Leuten im Chat Wie viele Leute haben das Format auf YouTube entdeckt Und sind dann in den Chat reingekommen Einmal bitte schreiben Eins in den Chat Achtet drauf Aha Aha Balu Und Hose Guck mal Guck mal, das ist die Elite Das ist die Elite Damit war's das Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Ciao Schwarze Orchideen Oder mal piqué Wir können weg der Bitch Es begrenzte Rarität